ja dann mit so einer brücke kriegst du es hin wahrscheinlich ja aber ich kann nicht das ding halten und eine brücke stellen ach so das ist immer nach rechts er hat nicht akte aber kämen kann sich ja dran wie das eigentlich ich komme auch mit hoch so vielleicht doch raus oder ist doch löscht Oben, oben, dieses, dieses Wipper. Ihr müsst oben links auf dieser Wanne drauf und da vielleicht. War ja so ein Ding, Sarah? Ich bin tot. Da war ja so ein Ding. Keine Ahnung. Hier oben drauf und dann müsste man das. Ja, tot. War ja links eigentlich auch so ein Ding? Warte mal. Ach, da oben, ja. Kommt hier auch, oder? Ja, da oben drauf und dann. Wow. Na, geht er kaputt? Was hat der da an der Hand? Ich bin runtergefallen im Brunnen. Oh, verdammt. Die passt schon auf sich auf. Sie spalt einfach Feuer auf jeden, wer sie auch nur falsch anblickt. Okay. Kannste auf das Ding drauf springen bei mir irgendwie. Da oben ist was zum kaputt schießen. Wo? Oben, links. Da oben. Ist ganz schön mit oben. Nice. Haben wir irgendwo ne... 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 Dann brauchen wir irgendwas zum drauf. Ähm... Was schwimmt. Wäre ich hier? Nein. Doch hier. So eine Kiste. Da ist so ein Pass auf die linken Seite. Das kann ich nicht nehmen. Wird nicht? Ja da. Hm... Nope. Ja, auch die... Verstehe ich nicht. Aber noch weiter vor kann ich das Ding auch nicht ziehen. Glaub ich so... Nein. Da, 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 da. Gott. Und jetzt hältst du da. Hm... Hä? Woher? Du bist nur gestorben. Oh. 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 Der Graben war zu tief. Wenn der Wasserpegel doch nur höher wäre. Hm. Der Wasserpegel höher. Recht auf diesen... Hm. 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 das ist immer fieses zeug desto schneller die du das ding trägst die da oben schon war ja okay Was geht denn bei dir? Ja, ich bin schon gehört. Ah nein, da ist das. Wow! Wurde gesprengt. Wurde zu sprengen? Ja. Wurde. 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 Na stopp, jetzt. So, das ist ein Dribbel. He he he. Ja und die anderen? Pass mal, pass mal auf. Los. Ah, pass mal auf. What the fuck? Du hast einen Stock im Arsch. Könntest du das Ding so weit drunter ziehen? Nee, geht nicht. Ähm. Oh, komm. Ja, ich bin ohne Tod, komm. Bist du tot, sagbar. Mhm. Oh. Oh, hier. Ist immer cool. Wir sind hier. Oh, cool. Aha. Ja. Also. Spritz, Spritz. Ich glaub wir brauchen irgendwie so ne Brücke. Warte, ich versuch mal da hoch zu gehen. Warte, so. Ja. 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 Hat's... Hat's gerüchtet? So, ne? So. Ja, genau. No. So ein Asyl. So ein Asyl. T-t-t-t-t-t. Aua. Oh Gott. Ja. Das Ding wäre... Andere Richtung. Ja, ja. Pass. Und jetzt? Dies. So. Aua. Na? 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 Los los. Achso, loslassen. Oh. Haha. Ah, so kommst du hoch, ne? Gut. Ah, wie geil. Verbrannt erst mal das... Verbrannt erst mal das Ding. Hleaah. Ja. 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 Hä? Und er ist tot. Chyer. Hä? Wieso muss doch da hochkommen. Hm. Irgendwie muss die Klappe aufzumachen sein, kommst du da ran, Sarah? Ach ja, oder? Da brennt doch irgendwas. Du musst es kaputt machen. Oh! Was ist das? Oh! Kommt nicht hier angeflogen. Hä? Halt! Bleib stehen! Und hör zu! Wir haben die Margaret! Was? Oh! 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 Wo zum Teufel warst du denn? Sprech! Und zwar schnell! Der Lindwurm wird sich um euch kümmern. Ich wünsche einen guten Flug. Oh! Jetzt begreife ich. Du inszenierst das hier nur, damit ich nicht länger böse mit dir bin. Hä? Und denk dran! Kommt nicht zurück! Sonst ist die Frau dran! Hehehehe! Gute Reise! Wohin auch immer! Und bringt endlich das Weib zum Schweigen! Nein! Nicht meine Frau! Oh! Von Kobold Weeze überlistet, ward das Trio von einem schrecklichen Lindwurm in ferne Lande geflogen. Wohin bringen sie sie? Die Kobolde hatten gedroht, Margaret etwas anzutun, kehrten die Helden zurück. Feiglinge! Alles Feiglinge! Eine unschuldige Frau zu entführen! Naja, eine Frau. Eine düstere Wendung in der Geschichte der Helden. Die Kinder hat niemand erwähnt. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Was für eine schreckliche... Wollen wir hier vielleicht nochmal Pause machen? Ich koche in der Rüstung. Können wir machen. Bin ich dafür. Bin ich auch dafür. Na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!